Wir haben jetzt eine Truppe, die regelmäßig bei uns hier in den BTV-Studios auftritt. Immer wenn sie einen neuen Titel haben, stehen sie natürlich bei uns, um den zu präsentieren. Beim Open Air, Bernie & Co. Open Air 2000, haben sie abgeräumt. 40.000 Leute sind ausgeflippt und ganz besonders natürlich die Jungs. Und immer wenn sie etwas Neues haben, sind sie natürlich auch in den BTV-Studios. So auch heute Abend, hier kommen drei richtig schnuckelige Mädels, hier sind Passion Fruit. Die Galaxie-Belie, Planet of Roots, Cosmic Label Foods. Wir kommen von Outer Space, ja, der Branden Rays, mit der Galaxie. Wir kommen von Outer Space, ja, der Branden Rays, in der Space Taxi. Und endlich, es ist ein Space Attack, Space Attack. Wenn ich fühle, dein Body check, oh-oh-oh. Es ist ein Space Attack, Space Attack. Wenn ich fühle, dein Body check, oh-oh-oh. Es ist ein Space Blank, Space Gang. I'm the Moon Rock, Space Attack, Lady Packer Body Checker, Space Flank. Space gang, on the moon, rock, space stop, lady, pack a body, check a space play Space gang, on the moon, rock, space stop, lady, pack a body, check a body, party, party, pa-pa-pa, party, check a Body, ppp, bp, 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 check a space play Zweilen in the space, he goes on your start Planeta Bruce, Cosmic Labor Bruce Sex is space in behavior, acting like that's better Planeta Bruce, Cosmic Labor Bruce We come from outer space, we get a brand new race in your galaxy We come from outer space, we get a brand new race in a space taxi And finally It's a space attack, space attack When I feel your body change, oh-oh-oh It's a space attack, space attack When I feel your body change, oh-oh-oh It's a space attack, space attack On the moon, run space attack Lady, pack a body checker, space attack Space attack, space attack On the moon, run space attack Lady, pack a body checker, space attack Space attack, space attack On the moon, run space attack Lady, pack a body checker, space attack Space attack, space attack On the moon, run space attack Oh, 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 oh also Papapapalitschka Papapalitschka Na? Oh! Oh oh Ihr glitzert aber so schön, Maria! Was glitzert denn alles bei euch? Alles, ne? Alles, alles wie du siehst. Du auch gleich. Ich gleich auch, ja, ich glitzere hier auch. Ich komme wieder nach Hause und sagen alle, wo war der Schumacher wieder? Hat's euch gefallen, das neue Werk von den Passion Kids? Dankeschön! Maria, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ihr das letzte Mal bei uns hier auf der Couch gesessen seid. Wie lange ist das jetzt? Über ein Jahr, ne? Ja, ich denke, Juli oder so war das, ne? Das war unsere allererste Live-Show, die wir machen dürfen als neues Projekt. Ja, und deswegen freuen wir uns immer wieder hier hinzukommen. Und jetzt haben wir sie wieder da und Martin hat natürlich wieder für Sie inzwischen das Horoskop reingeguckt und deswegen gehen wir mal rüber. Einen Applaus haben die drei natürlich nochmal verdient. Und wir gehen zu Martin. 60 Meter quer das Studio. Richtig schön, dass ihr da seid. Wir sind gleich wieder für euch da. Bisschen Werbung nicht abschalten, bis gleich. Sagen Tschüss, bis nächste Woche. Und hier sind sie! Passion Fruits! Bisschen Werbung nicht abschalten! 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 Oh, oh, oh! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Gold, Gold, Gold! She's a burn, burn, baby... Baby,до now you say baby... Yeah! Und mir geht's, die Lüge ist